Außerordentliche Leistungen, beeindruckende Investitionen und ein großes Vertrauen in den Standort Nordrhein-Westfalen. Das alles vereint diese herausragenden Preisträger. Vier Unternehmen gewinnen den NRW Invest Award 2017. Es ist fantastisch, wir sind sehr stolz. Eine große Ehre. Wir sind wirklich stolz. Mit dem 13. NRW Invest Award zeichnen das Land und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart Unternehmen für ihre Investitionen in Nordrhein-Westfalen aus. Dadurch werden Innovationsimpulse verstärkt, die Wirtschaft belegt. Investitionen sind die Voraussetzung für die Schaffung von Arbeitsplätzen, für Wertschöpfung und damit für Wohlstand. Insofern sind Investitionen natürlich die Treiber für die Zukunft eines Landes. Schauplatz der Preisverleihung ist das K21 Ständerhaus in Düsseldorf. Idyllisch gelegen bietet der ehemalige Landtag das perfekte Ambiente für die Preisverleihung. Genauso wie NRW das perfekte Ambiente für ausländische Investoren bietet. 2016 hatten wir ein sehr gutes Jahr. Wir haben sieben Prozent mehr Auslandsdirektinvestitionen nach Nordrhein-Westfalen holen können. Insgesamt waren das 413 Projekte. Dazu trägt auch das außergewöhnliche Engagement von Hydro bei. Der NRW Invest Award Gewinner hat in den verschiedenen Niederlassungen im Aluminiumverbund Rheinland 255 Millionen Euro investiert. Ein klares Ja zum Standort NRW. Wir freuen uns wirklich über die Auszeichnung durch die Landesregierung für unsere Investitionen. Ausgezeichnetes leistet auch Trivago in Düsseldorf. Im Medienhafen baut das Unternehmen derzeit seine neue Zentrale, wird seinen Mitarbeitern hier eine unvergleichbare Arbeitsatmosphäre bieten. Das Unternehmen investiert rund 145 Millionen Euro. Mit unseren aktuell 1300 Mitarbeitern am Standort stoßen wir an die Kapazitätsgrenzen und brauchen auch wirklich die neuen Plätze, die dann nächstes Jahr fertig werden. Die hochkarätigen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Kultur sind beeindruckt. Alle Preisträger überzeugen. So auch Tele-Performance. Mit Hilfe von NRW Invest fand der Marktführer für outgesourcetes Omni-Kanal-Kundenmanagement einen neuen Standort. In Mönchengladbach werden aktuell 180 Mitarbeiter beschäftigt. Wir planen bis zum Jahresende 400 Menschen zu beschäftigen. Was dann kommt, mal sehen. Auch Lush überzeugte NRW Invest auf ganzer Linie. Der Produzent von verschiedensten Beauty-Produkten investierte in eine neue Manufaktur in Düsseldorf. 350 Mitarbeiter stellen hier Seifen, Cremes und Badebomben her. Für 104 Filialen in fünf europäischen Ländern. Wir haben uns auch Locations in Holland und Frankreich angesehen. Aber Düsseldorf ist einfach der optimale Standort. Logistisch perfekt, auch die Qualität der Produktionsgebäude war ein großes Plus. Der NRW Invest Award würdigt die besten Unternehmen. Das ist Ansporn und Signal zugleich. Denn in NRW zu investieren zahlt sich aus. Für das Land, die Menschen und für die Unternehmen.